Also, was ist Chess Nights? Es ist ein Schachspiel, aber du spielst nicht handelsüblich Schach. Du hast vielleicht auch mal als Soldaten nur drei Pferde, also drei Springer oder sowas, oder drei Läufer. Und dann musst du halt gucken, wie du das Match gewinnst, nur mit solchen Sachen. Und das Feld, das Kampffeld ist auch nicht immer, wie man es vom Schach her kennt, sondern es ist mal, ne? Ich habe keine Ahnung, was mich da so richtig erwartet. Aber es wirkt irgendwie interessant, möchte ich mal sagen. Gibt es das überhaupt bei Twitch? Warte, ich gucke mal, ob es das gibt. Warte, wie viel es damit gibt, ne? Ey, das gibt es halt wirklich bei Twitch. Okay. Das Spiel muss ich haben. Blub, du merkst, dass, wenn du bei mir zuguckst und ich neue Spiele spiele, dass das nicht gut ist für dich, für deinen Geldbeutel. Das Spiel kostet aber nur zwei Euro. Ich will mal, wir gucken mal rein. New York's Bay. Press any key. Okay. Erstmal lernen. Also wir sind zum Schiff gekommen. Und, hä? Wie? Okay, so wie sich das bewegen kann. Den will ich bewegen, da hin. Lol. Was? Was? Was denn das? Was geschieht hier? Ja, und jetzt? Ist das mein Bewegungsmuster hier oben? Was ist das? Entschuldigung, warte, ich muss dahinter kommen. Ach, nee, ich kann es nur so bewegen, wie ich es auch bewegen kann. Also es hat sich nicht geändert. Jetzt habe ich zwei Soldaten. Ah, okay. Und ich darf nicht da hinkommen, quasi. Helheim Rates. Ah. Okay, dann gehe ich da hin. Easy. Gar kein Problem. Es wird später immer komplexer und komplexer, ne? Also du kriegst, du hast dann richtig kleine Kriege, führst du quasi. Aber innerhalb der Schachregeln. Für mehr Schachfiguren brauchst du ein DLC. Zock. Hi. Ähm, warte mal. Kannst du hier hinsetzen? Achso, ich habe es abgewählt. Kannst du mich schlafen. Okay. Noll. Okay. Das war, ich muss ganz kurz überlegen. Ich hatte auch kurz überlegt, ob wir. Noll. Okay. Die können einmal die komplette Bahn. Das heißt, da darf ich nicht hin. Das heißt, ich muss. Okay. Ähm. Ja. Ja. Nicht mit mir, Kollege. Nee, nee, nee. Wäre jetzt ja richtig komplex, wenn du hast so ein riesengroßes Kriegsfeld, ne? Jetzt habe ich schon zwei. Lol. Hä? Okay. 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 Ich habe ein Problem. Ich glaube, ich muss noch neuer anfangen, oder? Warte. Okay. Okay. Gehe ich hier hin? Opfer den. Nee. Hä? Aber... Das weiß ich nicht, aber der bewegt sich ja. Ähm. Ich darf nicht hier opfern. Ich muss den hier hinten opfern. Bei dem kann das sein. Warte. Es lohnt. Mach mal weg. Okay. Warte. Guck mal. Jetzt würde ich direkt drauf gehen. Kann ich nicht. Also, ich muss da vorbei. Aber ich muss doch hier opfern. Ich komme nicht vorbei, oder? Ich komme nicht vorbei. Ist er weg. Also, der ist, sobald ich ihn bewege, so oder so weg, wenn ich das nicht aufhalte. Lol. Wieso hat er sich jetzt bewegt? Hä? Jetzt bewegt er sich, oder? Scheibe, okay. Ja, äh, machen wir weg. Okay. Also, beim ersten wiegt er sich. Beim zweiten Zucken wiegt er sich. Aha. Nee, hä? Aber, ey. Wie soll ich da hochkommen? Ich bin über Hilfe dankbar. Ich liebe Schach. Ich spiele voll gerne Schach. Ah. Hahaha. Hahaha. Easy. Ich muss nur ein Opfer. Hat funktioniert. Okay, da muss ich hin. Aha. Dann ist er, ist er weg. Das war dumm. Okay, ich mache weg. Ich muss ihn wegmachen, oder? Aber er kommt jetzt auch noch, wenn ich... Hä? Ich kann... Warte. Ja, nee. Ich muss durch die Regeln durchsteigen. Also, optisch, vom Prinzip her, finde ich das Spiel eigentlich irgendwie interessant und cool. Äh, das ist eigentlich coole Grafikstile, so für... So ein bisschen. Aber irgendwie... Es ist schwerer, als ich dachte. Ich dachte so, yo, easy, so ein kleines, ne? Bisschen Schach und so. Verdammt. Wenn ich das hier hinmache, ist er weg. Jetzt müsste er weg sein. Er muss weggehen. Okay. Aha. Warte. Aha, aha, aha. Oh, scheiße, da war noch einer. Stimmt, der kann ja da hochsliden. Aber das Prinzip war gut. Ich könnte hier hin, aber das bringt halt nix. Nein. Okay, der muss also auch weg. Warte mal. Wenn ich den wegmache. Ich werde den auch nehmen sollen, ne? Ich kann... Ha! Nein, das bringt ja nix. Ich komme nicht da hin. Doch, komme ich. Jetzt kann ich nicht... Das ist ein bisschen nüffelig. Dass du die andere nicht schmeißen kannst. Ja, das ist halt voll gemein. Aber es ist vom Prinzip her schon irgendwie interessant gemacht. Okay. Wieso bewegen die sich aber... Er ist weg? Er ist weg. Ja. Geht das? Ja. Jetzt kann ich nicht. Okay. Okay. Oh. Opfer, ich stehe. Okay, dann habe ich es easy. Die Frage ist halt, musst du opfern? Was ist denn das? Muss man opfern, oder? Okay, das war jetzt zu easy. Loll, der kann schräg. Okay, schräg ist unfair. Loll, zwei, die schräg können. Dann kann er das nicht, oder? Nee. Kann er nicht. Da kann ich... Ich kann da nicht hin. Nimm ich den? Ich würde einen opfern müssen. Den. Ich komm... Ah, hier. Doch. So. 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 Perfekt. Unfair. Bisschen unfair. Haben eine Errungenschaft bekommen. Midgard City. Okay, wir sind weitergekommen. Erstes Kapitel durch. Das war quasi die Grund. Ich muss jetzt zwei was retten. Okay. Die können schräg. Aha. Da kann ich nicht hin. Da könnte ich hin. Nee. Scheiße, kann ich nicht. Okay. Aber warte mal. Brauche ich zwei, um die zu retten? Oder kann ich den abladen und wieder hinjumpen? Quasi. Okay. Ah, okay. Gut. Ich wollte kurz sagen. Da wäre ich jetzt lust gewesen. Ähm. Ach so. Boah, als man wieder auf so Schachzeugs umstellt, das war dumm. Okay. Wie man erstmal kopfmäßig umstellen muss auf Schach. Das ist ganz so einfach. Feig, ich hätte gern was anderes auch noch. Ich dachte mir so auf den Bildern, man kann ja sowas steuern, ne? Dass man jetzt nicht nur Pferde hat quasi. Also die Pferde-Bewegungen. Ich würde mal gar keinen opfern müssen, das wäre cool. Lol. Ähm. Da ist er weg. Wie komme ich da hin, bitte? Was ist das hier oben eigentlich die ganze Zeit? Ach so, okay. War das Level 12? Ich kann das spielen. Ich ziehe das hier durch. Ähm. Ich muss auf das Feld. Okay. Ob es da noch was Drittes gibt mit Bewegungsmuster? Bestimmt, oder? Nie aufgepasst. Ähm. Das ist ja richtig schwer. Ich wollte was Chilliges. Ich dachte mir, das ist so voll chillig. Das ist so... Okay. Nein. Okay, die bleibt da stehen. Nein. Ach schön. Morgen kannst du Magnus Karls ein Blatt machen. Wen? Was? Von wem redest du da? Kritisch. Okay, das war dumm. Ah. Was, was denkt ihr so? Ist das ein Trash Game? Oder ist das eher so... Irgendwie interessant? Was, was denkt ihr? Wie ist es für euch? Seid ihr so... Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Da geht... Ich kann... Okay. War mal Schachweltmeister. Okay. Jetzt komme ich nicht raus. Jetzt ist einer definitiv lost. Ja, gut. Haben wir denn genug, die... Wollen wir... Wollen wir... Also Trash Game nicht... Find eigentlich ein interessantes Passelspiel. Vor allem für den Preis. Ja, also für 2 Euro geht. Und das ist nicht mal ein Rabatt gerade. Also 2 Euro irgendwie... Ja, so 2 Euro noch was für... Ohne Rabatt. Also mit Rabatt dann vielleicht. Dann kriegst du mich nicht, ne? Ne, du kriegst mich nicht. Da kriegt er mich. Da kriegt er mich. Okay. Okay. Ah, verdammt. Hab ich nicht aufgepasst. Oh, verdammt. Im Vergleich zu gestern ist das... Triple A. Ah, ja. Ah, okay. Ja, stimmt schon. Ein bisschen. Nein. Habt ihr Lust auf Skrippel, Jo? Boah, ich... Heute ist so... Ich brauche etwas Chilliges. Ich brauche nicht, wo ich mich so krass repräsentieren muss. Und mich triggert das halt dann, wenn ich es nicht... Wenn, ne? So. Das war knapp. Das war ein Fail. Ne, war es nicht. Ich kann... Ja, war ein Fail. Ja, da musste ich eins empfunden jetzt, ne? Wo kann ich hin? Nein, ach... Das ist halt... Ja, jetzt muss ich wieder etwas opfern. Ich will nichts opfern. Und wenn man die vielleicht mit dem Zug schon eher alle rausholt, so, dass man dann nichts auf... Ich meine, wir haben den selben Fehler. Okay. Ich glaube, ich bin gerade nicht auf der Höhe für das Spiel. Ein foolishes Schachmatt in die... Hi, in die... Ich finde es ganz cool. Es ist auch nicht unbedingt Trash. Es hat was. Es hat was. Alter, für den Stream, dann kriege ich irgendwann einen Rage-Modus, wenn ich es weitermache. So war ich jetzt. Okay, da kriegt er mich aber nicht. Okay, also für einen kleinen Test ist das okay. Ich kriege einen Rage-Modus, wenn ich das... Ne, 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 ne. Ich kriege Kopfschmerzen. Das will ich heute nicht. Ich will noch angenehm zocken. Ich kriege Kopfschmerzen.